So, und da sind wir wieder zu Part 14. Und jetzt gehen wir einfach mal gucken. Ist er leider auch noch da? Ja, dann komm mal, Olle. Olle. Ach, Muni. Ein Schuss, toll. Dann gehen wir mal hier runter. Und gehen mal hier rein. Oh, was kommt denn jetzt? Das müssen die Schiffsladungslisten sein. Sehen gut erhalten aus. Hey, komm mal her. Das ist es. Die Esperanza. Herkunft Calao, Peru. Ladung 800 Goldbahnen, 1200 Silber, Smaragde, Goldmasken, Schmuck. Wow, du liest Spanisch aus dem 16. Jahrhundert? Doch nicht bloß ein Grabräuber, was? Da steht's. Goldstatue. Gewicht 20 Arrobas. Das sind mehr als 500 Pfund. Das muss sie sein. Wow. Sieh mal an. Das Ding sieht unheimlich aus. Danach kommt nichts mehr. Von jemand Bestimmten? Was? Oh. Ja, das kann man wohl sagen. Hm. Ich dachte eher, du hättest in jedem Hafen eine Braut. Schön wär's. Nein, der ist von, äh, es ist Francis Drakes Ring. Ich hab ihn quasi geerbt. Sig Parvis Magna? Großes aus kleinen Ursprüngen. Das war sein Motto. Schau aufs Datum. 29. 29. Januar 1596. Ein Tag nach seinem angeblichen Tod. Und was sind das für Zahlen? Koordinaten. Vor der Küste von Panama. Ach, so hast du also den Sarg entdeckt. Ja, genau. Was Drake uns hinterlassen hat, ist ein Hinweis auf den Ort der Grabstätte. Ein Hinweis an jemand, der klug genug ist. Netter Versuch. Aber wir gehen schnurstracks zum Boot. Tja, ich fürchte mehr als das hier kriegen wir wohl nicht zu sehen von Eldorado. Er ist hier drin. Ey! Findest du? Arschloch. WD hilft uns nicht. Dann gibt's aber Ärger. Komm mal in den Sinn. Schön. Da oben bist du, du Arsch. Komm mal her. Komm doch mal her. Solltest du nicht kommen, aber... Tschüss. Okay, Elena macht schon was vor. Die geht schon mal vor. Miss Todesmutig. Ich lade erst mal nochmal nach. Ja, lass das doch. Und du sollst ja auch nicht so rumhüben. Ja. Jetzt mach ich dich mal kalt. Geh ich mal da weg. Da oben ist einer. Karma fertig machen. Ich hab gesagt fertig machen. Und dann ja... Elena... Und die sind schon wieder hin. Ach, da. Du. Du. Arsch. Komm her. Tschüss. Was ist das? Wartet mal. Erst mal. So. Schuss. Nehmen. 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 Ja. Böse Jungen hier. Böse Jungen. Ja, dann gehen wir mal wieder hoch. Da. Hallo. Guck mal. Hinter dir. Was haben wir denn hier? Ach, die will ich doch gar nicht. Ach so. Die hätte ich von hinten überraschen können, glaube ich. Okay. Arschlöcher. So. Dann nehmen wir mal das hier wieder. Machen das mal auf. Das Tor. Geh mal gucken, was da los ist. Oh. Ich seh kein Boot, Nate. Die Chance haben wir wohl verpasst. Nein, da ist es. Auf der anderen Hafenseite. Komm. Hey, weißt du was? Warum bleib ich nicht hier und du kommst, äh, gleich wieder und holst mich ab? Okay. Was hast du denn vor? Gar nichts? Ich will nur, naja, hier noch ein paar Aufnahmen machen. Ich bin hier sicher. Na gut, klar. Aber pass gut auf dich auf. Bei was auch immer. Okay. Lass ich zwar nicht gerne alleine, aber... Einen Schuss mal. Mach mal die scheiß Tür da auf. Dann rüber. Nein. Och. Boom. Komm da hoch. Jawohl. Nate. Sind da schon wieder Gegner? Okay. Deswegen wollte er noch nicht mit. Weil die wusste, dass die Gegner... Das ist ein scheiß Granatwerfer. Verdammt. Und du bist auch scheiße. Ich hab' gesagt, du bist scheiße. Stirb doch. So. Ja. Gut. Jawohl. Okay, da kommen wir nicht rüber, aber da ist ein Schloss dran. Schuss. Anlauf nehmen und... Nein! Ja, klar. Ach, jetzt muss ich die wieder erledigen, oder wie? Stirb doch. Stirb! Stirb! Und du schießt ihn wieder ab. Das muss er noch. Jawohl. Und da will ich ihn noch ganz aufdrehen. So. So. Wie gesagt, dann hier wieder abschießen. Hoffentlich schaffen wir das diesmal. So. Nein! Ey. Nate! Gieß mal langsam auf den Sack. Das ist doch ein schlechter Scherz. Schwerter Scherz von den Entwicklern. Ich wurde. Hab' ich nichts mehr zu tun. Hey. 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 Hab' ich schon gesagt. Guck mal her. Geht doch endlich. Endlich. Nach und... Oh. Ja, ist ja in Ordnung. Hab' ich ja die ganze Zeit gemacht. Halt dich doch da fest! Ey. Gibt's ja nicht. Und jetzt sterb' ich da. Weil dieser scheiß... Waschgewixte grad'n Landwerfer da wieder ist. Oder wie? Es ist in der... Granatwerfer. Schön. Mann, ey. Gerade das ohne Probleme funktioniert, ey. Hier kommen wir. Der Rest und jetzt Granatwerfer. Tschüss. Tschüss. Ich geb' dir gleich den Rest. Ich geb' dir gleich den Rest. Jawoll! Gut. Ich glaub' ich springen da... Bei der Tür springen wir, glaub' ich, ein bisschen zu früh ab. Mal gucken. So. Anlauf. Und... Ja! Endlich, Nate, ey. Okay, das sieht wieder nach Schießerei aus. Komm. Rein da. Oh. Gefangenen. Wer ist das denn? Der gehört nicht zu Eddie. Hm. Was ist denn das für meine Waffe? Ach, hier ist ein Präzisionsgewehr. Gut. Erstmal... Muss man hier auch ein bisschen treffen. Boom. Tschüss. Ach. Wachsen wir mal auf die. Ach. Schießen wir nochmal die Dragon Galeer. Tschüss. Ah, um Himmels Willen. Du da hin. Du bist ein Sterbengut. Ich wüsste einen Fehler. Richtig. Hey. Geh. Ähm. Da. Du. Arschloch. Noch. Komm her. Arschloch. Dann gehe ich jetzt mal hier irgendwie. Nein. Nachladen. Nein. Nachladen. Irgendwie irgendwo. Nein. Nein. M4. Ähm. Nein. Da ist die Moss. Da ist die AK. Okay. Dann gehen wir mal hier hoch. Auf den... ...Geschützturm hier. Ach da. Ist mich gar nicht. Hast du gar nicht. Wo bist du denn? Ich hab dich. Ach du alleine. Hast mich. Eins gegen eins. Du bist tot. Boulay. Alles gegen eins. Komm her. Eins gegen eins. Du bist aber schon tot. Komm schon raus Boulay. Ach. Ich komm jetzt noch mehr. Da ist der. Du bist tot Boulay. Das ist mein Hintergrund. Ach. Nein. Weg, 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 weg. Late. Das kriegst du gar nicht. Wo bist du denn? Ja, wir gehen. Ach du. Da ballert er. Ach du. Auch noch. Du willst auch noch? Was ist das jetzt? Okay, das war's. Machen wir da mal auf. So. Aber als erstes gehen wir hier mal nochmal nachladen. Ach du. Hallo? Arschloch. Nein, nicht Moss. AK. Wenn man schon mal hier nachladen kann, sollte man's auch tun. Okay. Nate meint, das war's jetzt alles. Okay. Nein, die West will ich nicht. Ah, da war's gut. Für die AK immer. Haben wir ja was Gutes da. So. Immer schön Schuss, ja. Dann gehen wir mal da durch. Na. Du sollst da nicht wie ein Bekloppt da rumhüpfen. Geh hier durch. Okay. So. Da ist doch das Boot. Schafft das alles an Bord. Hey. Wo kommst du denn her? Das hier musst du sehen. Das kommt jetzt eher ungelegen. Nein, Nate. Was soll denn das werden? Das musst du dir ansehen. Hier. Was? Achtung, Achtung. Und? Jetzt. Er lebt. Genau. Scheiße. Hat er uns verraten? Ich weiß nicht, Nate. Ich mein, vertraust du ihm wirklich? Er wird nicht gerade mit einer Waffe bedroht, nicht wahr? Ja, ich sehe es. Wir müssen ja wegfallen. Das ist wirklich komisch. Nein. Mist. Nein. Sully hat seine Fehler, aber ein Verräter ist er nicht. Scheiße, Mann. Wo sind sie hin? Äh, nördlich. Ja, Richtung Berge. Okay. Es muss das Kloster sein. Gehen wir. Und was, wenn er mit denen zusammenarbeitet? Er wird gerettet, oder er kriegt eins auf die Mütze. Okay. Auf die Mütze haue ich ihm so oder so. Hehe. Okay. Äh. Spool, Spool ist weg. Gehen wir mal hierher. Da oben. Halt die Fresse. Du siehst mich gar nicht, ey. Och, du Kacke. Weg, weg. Elena, ey. Wo bist du denn, du Granatenwerfer hier? Verarschst du mich? Eddie. Elena, geh mal da weg. Du. Schieß ich in die Nüsse dir. Dafür, dass du uns hier abschießt, geht die. Verdammt. Eddie. So. Niemand schießt uns. Ungefragt ab. So. Ist er da? Gut. Komm. Dann gehen wir mal über die Brücke hier. Komm. Wie kann denn so etwas passieren? Weiß ich nicht. Da sind Brandspuren. Aha. Jemand hat hier Pulver reingestopft, um alles in die Luft zu sprengen. Genau. Oh, nein. Sei vorsichtig. Einige dieser Bretter sind verdammt morsch. Nein. Nicht sehen. Elena, das reicht nicht. Die andere Hand. Du musst sie loslassen. Verdammt. Scheiße. Die, alle unsere Beweise. Nein. Eine Hand. Jawohl. Was willst du denn für Muscleman? Nate. Aber die bricht durch. Obwohl wir eigentlich schwerer sind. Komisch. Okay. Oh Mist. Schon okay. Komm schon. Gehen wir. Komm. Okay, dann gehen wir mal weiter. So. Äh. Da. Aber das machen wir jetzt im nächsten Part. Wir sehen uns also dann. Zu Part 15. Haut rein und. Tschau.